Musik 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 Das war's. Auf der Track, Christina Lund, von Norweig. Sie hat sich in Norweig gewählt, in den World Championships und Nordic Championships gewählt. Sie hat sehr gute Resultate. Sie hat die A-Finals in 5K mit ihr gewählt. Hier ist sie. Sie zeigt Gij und Frau Eichermann. Das ist die erste Saison für die Stallion. Outside of Iceland. Und wir gehen weiter. In der zweiten Saison werden wir sehen, wie slow Stallion kommt. Und wir wollen Ihnen bitte Zeitung und Kommentar ein. Wo ist es? Das ist die erste Saison. Let's take a look. Von Norweig. Ich möchte noch einmal sagen, dass sie ist der Gold Medalist des Norweigian Championships. In dieser Saison. Also auf der Track, wearing yellow ribbons, Riding from Switzerland. Svega-Stinden. She is riding the German brand Stallion. Going from Sommerberg. She was in 2nd position on the Swiss Championship this year in T2. And she had further placements in this discipline in T2. Das ist die erste Saison. Musik 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.